Halli, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu der Ankündigung zum 24-Stunden-Stream, wie es hier auf dem Bild steht. Mit dabei ist Osaft. Jawohl. Denn er wird auch die größte Teil des Streams dabei sein, wie wahrscheinlich mit der Cracker auch. Und ja, mit Tummel werde ich auch, denke ich, relativ viel streamen. Aber ich glaube, er ist nicht die ganze Zeit dabei. Und ja, wir haben einen Plan entworfen, Osaft und ich. Ja, soll ich den vorlesen? Nee, 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 brauchst du nicht. Ach, Mann. Das ist eingeblendet, Osaft, den sehen wir. Ich wollte ihn aber vorlesen, weil ich dann immer mit mir dranhängen kann. Ja, auf jeden Fall, dieser Plan ist nicht endgültig. Ich habe vorhin schlussendlich gesagt und dann hat Schlingel mich korrigiert, dass es endgültig und nicht schlussendlich heißt. Auf jeden Fall, daran kann man noch viel verändern, aber ein paar Termine sind so relativ fix. Hier, um 14 Uhr haben wir was, Osaft? Um 14 Uhr haben wir Start und Ende. Ja, um 14 Uhr startet es. Und endet es. Ja, natürlich, es endet dann auch wieder um 14 Uhr am anderen Tag. Also, der Stream ist am Donnerstag diese Woche. Warte, das ist der 9.4. Am 9.4. um 14 Uhr startet der Stream und am 10.4. Um 14 Uhr endet der Stream. Oh, das war ja fast wie abgesprochen. Ja, und als erstes Spiel haben wir dann Minekraft, PvP, oder Minekraft, müssen wir noch schauen. Mit Osaft. Danach spielen wir dann ein paar Spiele bis 19 Uhr. Dann kommt Minekraft Mark mit Zombie. In echt hat Maudado da noch rasiert hinten dran. Also, Moment, ich sehe das Original-Gediefe vor. Ja, genau, das habe ich geschrieben. Minecraft, PvP, Noobs rasieren. Ach Gott. Das machen wir um 14 Uhr. Osaft hat ein neues Wort gefunden. Rasieren. Ja, ja, rasieren. Ach Gottchen. Und ja, dann kommen ganz viele andere Spiele. Um 22 Uhr spielen wir Splinter Cell Blacklist mit... Mir rasieren. Das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Aber das war cool. Nein, nein. Doch, doch. Und das Coolste kommt um 0.05 Uhr, ja. Da fangen wir nämlich LOL an. Und da, Moment, ich lese vor. Ach, Osaft, nein. Wir spielen League of Legends. League of Legends slash rasieren. Wir haben alle zusammen, also auch mit Schlingel und Wintercracker, ein Google Docs-Dokument gehabt. Ich kann es hier mal extrem rausgezoomt darstellen. Und alle hatten ihr Spaß. Ist auch Maudado. Er hat irgendwie geweint. Ja, aber ich meine, sie haben für mich meinen Stream organisiert. Also, dann spielen wir LOL. Da wurde ich überredet. Ich habe zwar immer noch Angst, LOL zu streamen, aber um 0.05 Uhr. Eigentlich wollte ich um 0.30 Uhr, aber... Ich habe es runtergehandelt. Er hat es runtergehandelt. Bedankt euch bei mir. Auf 0.05 Uhr. Dann spielen wir wieder irgendwelche Spiele dazwischen. Unter anderem Battlefield 4 wahrscheinlich. Wie gesagt, die Spiele dazwischen sind nicht ganz fest. Da können wir variieren. So, die mit den Uhrzeiten vorne dran sind fest. Dann um 0.05 Uhr Wargame. Da freue ich mich natürlich auch richtig drauf. Ja, ja. Maudado das Lieblingsspiel. Dann mit dem Spiel habe ich immer Fun of Fun. Muss man einfach sagen. Und um 0.06 Uhr kommen dann wieder andere Spiele. Weil Wargame dauert eine Stunde. Also, Wargame ist so ein Strategiespiel. Und ich bin nicht so ein Strategiespiel-Fan. Und Osu hat schon... Und Winterquacker und ich muss ihn dazu überreden. Dafür liebe ich Osu. Ach Gott. Nee, bitte nicht. Dann um 0.06 Uhr spielen wir Dark Souls. Mit allen. Mit den ganzen Mongos. Dann spielen wir wieder irgendwas. TF2, Counter-Strike, wieder Minecraft. Vielleicht Isaac. Und dann als grönen Abschluss spielen wir Boring Man. Das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Das ist Free-to-Play-of-Steam. Das haben wir schon mal zusammen gespielt. Warst du da bei, Osaft? Nein, ich weiß nicht, was es ist. Mit Winterquacker und Schlingel. Das ist richtig gut. Und danach machen wir noch bla bla bla. Da denke ich, reden ein bisschen oder machen irgendwas nebenher. Bis 14 Uhr. Die Frage ist, ob ich den Stream überhaupt überlebe. Ich schlafe ja schon so immer wieder ein. Während ich noch im TS bin. Weil ich... Och Gott. Egal, wir schaffen das. Egal. Vergesst nicht den Schneckchen-Stream. Hier, 9. Viertel, 14 Uhr. Hashtag Schneckchen-Stream. Och nee. Auf jeden Fall andere Spiele, die wir dann vielleicht noch reinschrieben sind natürlich Osu. Vielleicht. Rock of Ages, Space Engineers, Company of Heroes. Auch ein Strategiespiel, was ich sogar ganz okay finde. Und 100% Orangensaft. Ja. Und dann hast du doch die ganze Liste vorgelesen. Ja, habe ich jetzt schlussendlich. Aber egal. Also, 24 Stunden Stream. Morgen, 14 Uhr. Wenn ihr dabei seid, seid ihr dabei. Hashtag Schneckchen-Stream. Wenn nicht, seid ihr nicht dabei. Tschüss. 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 Tschüss.